Der sechste Fernsehzuschauer bei uns im Sendegebiet hatte eingeschaltet und gesehen, wie Jena die 2 zu 0 Führung von Erzgebirge Aue umdrehte und am Ende 3 zu 2 gewonnen hat. Heiko Weber, Ex-Jena und neuer Aue-Trainer, ist immer noch schwer beeindruckt und vergleicht die Thüringer schon mit Bayern München. Luca Toni macht 30 Tore. Das wissen die Bayern, dass der aus nichts ein Tor macht. Daneben spielt Klose. Er kann immer treffen. Und auf der Bank sitzt Podolski. Und Jena hat Amirante und Hänge. Und Nils Petersen und Schembrich sitzen auf der Bank. Na also viel mehr Lob aus Aue geht doch kaum. In Jena allerdings verhallt das ungehört. Obwohl die Männer von Trainer Henning Bürger klasse Fußball gezeigt haben, ist die Stimmung nach dem Sieg mies, wie Heiko Richter heute feststellen musste. Was wollt ihr denn? Ich habe alles richtig gemacht. So konnte man Henning Bürgers Reaktion Richtung Zuschauer gestern nach dem Siegtor interpretieren. Heute legte der sonst so ruhige Trainer noch einmal nach. Weil mich dieses Umfeld hier auch zum Teil nervt. Denn ich verdränge das zwar, aber nimmt man mal einen anderen Spielverlauf gestern, heute Morgen zugrunde. Und denkt darüber nach, wie das hier aussehen würde, wenn wir das gestern nicht mehr geschafft hätten. Selbst eine Unentschieden. Würde es sich keine Euphorie geben, sondern was ganz anderes. Und darüber sollte man sich Gedanken machen. Wenn man die Chronologie dieses Ost-Duells noch einmal Revue passieren lässt, muss man Jenas Trainer fast verstehen. Da geht Aue durch diesen Knaller von Arne Feig mit 1 zu 0 in Führung. Bürger stellt daraufhin um, nimmt Holzner aus der Defensive und bringt mit Chembrie einen Offensivspieler. Diese Maßnahme wird mit Piffen quittiert. Das ist blind, das ist Stammtisch-Niveau und das mag ich nicht. Weil Felix Holzner seine Auswechslung auch noch kommentiert, wird das Publikum noch unruhiger. Ich war mit meiner Leistung persönlich unzufrieden. Und es war nur eine Reaktion gegenüber mir. Henning Bürger sieht hingegen seine Autorität unter Graf. Von Tich, von Tich. Letztendlich hat er Felix sich selbst geschadet. Hat den Verein geschadet, auch mir geschadet. Er weiß das. Und er ist zwar noch ein junger Spieler, hat aber stets Ansprüche angemeldet. Das sollte man Tatenfolgen haben. Auer erhöht gleich danach sogar auf 2 zu 0. Erneut durch Feig. Holzner wäre für ihn zuständig gewesen. Bürger scheint also falsch gewechselt zu haben. Doch nach der Pause erlebt der Trainer seine ganz persönliche Genugtuung. Der von ihm eingewechselte Chembrie tanzt die Auer-Abwehr aus und Amirante trifft. Das ist meine Technik. Trotzdem bin ich ein mannschaftsdienlicher Spieler. Ich spiele niemals für mich selbst. Die beiden Neuzugänge, der Malteser Chembrie und der Italiener Amirante, hier mit Freundin, das scheint zu passen. Das 2 zu 2 erneut durch den reaktionsschnellen Amirante. Bereits sein drittes Saisontor im zweiten Spiel. Die Fans waren wieder versöhnt. Wir wollen so weit wie möglich oben mitspielen. Vielleicht können wir sogar aufsteigen. Das wäre schön, auch für die Fans. Ich freue mich. Es läuft gut für mich. Und dann traf auch noch der dritte Neuzugang. Sebastian Henke 3 zu 2. Und Henning Bürgers ganz persönliche Genugtuung folgte. Ich bin erleichtert und natürlich auch heute früh froh und glücklich, dass wir dieses Spiel gestern doch noch gewonnen haben. Henning Bürger gestern nach dem Abpfiff mit seinem Sohn. Es gibt halt wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Ja, definitiv. Aber trotz aller Kritik ein guter Start für Jena in die neue 3. Liga. Ob der Start für Rot-Weiß Erfurt gelingt, das wird sich jetzt zeigen im Spiel gegen Braunschweig.